Star Wars Outlaws ist für Ubisoft das wohl wichtigste Spiel des ganzen Jahres, aber höchstwahrscheinlich auch für die meisten Star Wars Fans. Ein waschechtes Open-World-Erlebnis im Krieg der Sterne-Universum, was es bislang in dieser Form kurioserweise noch nie gegeben hat. In Outlaws dürfen wir erstmals völlig ungebremst als gerissenes Outer Rim-Schlitzor Kay Vess an Bord ihres Raumschiffs Trailblazer durch die Galaxie reisen, um unser Glück zu suchen und dabei möglichst vielen Unsympathen auf die Füße zu treten. Egal ob Imperium oder Jabba The Hutt, wobei wir letzterem wohl eher auf den Schwanz latschen, aber das ist er ja von Han Solo gewohnt. Jabba gibt es auch jetzt wieder im neuen Story-Trailer von Outlaws zu sehen, der einerseits das Release-Datum enthüllt, am 30. August 2024 soll es soweit sein, andererseits aber eben auch neue Einblicke in die Geschichte des Spiels erlaubt. Viele scheinbar kleine, aber doch wichtige Details sind da auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu erkennen. Wir haben deshalb hier die sechs wichtigsten Hintergrundinfos für euch zusammengetragen, die wir dem neuen Trailer entreißen konnten. 1. Der große Gegenspieler Direkt zu Beginn des Trailers bekommen wir einen ersten Eindruck davon, mit wem es sich Protagonistin Kay Vess verscherzt. Wir wissen immerhin bereits, dass die junge Frau und ihr treuer Begleiter Nix in gehörige Schwierigkeiten gerät. Jetzt erfahren wir aber eben auch, dass es sich hierbei vor allem um das Verbrechersyndikat Zarek Bash und ihren Anführer Slyro handelt. Slyro scheint Großes im Sinne zu haben und versucht offenbar diverse andere kriminelle Organisationen zu vereinen, um den derzeitigen Bürgerkrieg zwischen Rebellen und Imperium zu nutzen, um die eigenen Brieftaschen zu füllen. Was Slyro jetzt genau an Kay auszusetzen hat, wissen wir nach wie vor nicht, aber Zarek Bash ist keine komplett neue Fraktion im Star Wars Universum. Die junge Organisation ist am großen Krieg der Syndikate beteiligt, der in der Comic-Reihe Crimson Reign erzählt wird und zwischen Episode 5 und 6 entbrennt. Also exakt zu der Zeit, in der auch Star Wars Outlaws stattfindet. In den Comics wird deutlich, dass sich Zarek Bash durchaus erhofft, mit dem Imperium zusammenarbeiten zu können und zwischenzeitlich gegen die Hutten kämpft, in dem Glauben, die Gunst des Imperators zu gewinnen. Ansonsten sind sie aber ein eher unbeschriebenes Blatt. Es scheint jetzt zumindest im Trailer, als befände sich ihr Hauptquartier auf dem Casinoplaneten Cantonica. Ihr wisst schon, dem Weltraum Las Vegas, in dem Finn und Rose in Episode 8 landen, sofern ihr das nicht freiwillig vergessen habt. 2. Crimson Dawn Apropos Krieg der Syndikate. Mit dem neuen Trailer besteht zumindest die Möglichkeit, dass wir als Kay West doch deutlich tiefer in den Konflikt gezogen werden, als die Reveal-Trailer vermuten ließen. Denn damals wurde noch ein ganz bestimmtes Syndikat offenbar bewusst ausgelassen, jetzt wird es im neuen Trailer aber doch erwähnt. Die Rede ist hier von Crimson Dawn, dem wohl wichtigsten Syndikat in der Zeit, zu der Outlaws spielt. Bei Crimson Dawn handelt es sich um ein Syndikat, das eine Zeit lang von Darth Maul kontrolliert wurde und später dann von Han Solos Jugendfreundin Kira, also der von Emilia Clarke spielten Figur aus dem Solo-Film von Han Solo. Kira nutzt ihre Position schließlich dazu, um den in Carbonit gefangenen Han zu entführen und zu versteigern, verliert ihn allerdings vorher wieder an Boba Fett. Im neuen Trailer können wir sehen, dass sich Han sogar bereits in Jabba's Palast befindet. Später spinnt sie dann Intrigen, um mit Hilfe zahlreicher weiterer Syndikate einen Krieg gegen das Imperium zu entfesseln, in der Hoffnung sowohl Palpatine als auch Darth Vader aus dem Weg zu räumen. So gesehen handelt es sich um ein Syndikat, das eher auf der Seite der Guten steht und damit sich perfekt dafür anbieten würde, Kay Wes auf ihrer Reise zu unterstützen. Vielleicht tritt ja sogar Kira höchst selbst in Erscheinung. 3. Ist das der Ashiga-Clan? Der neue Trailer gibt uns womöglich auch noch ein paar Einblicke in eine weitere Verbrecherfamilie, mit der es Kay zu tun bekommt. Es ist schon bekannt, dass der Ashiga-Clan eine extra fürs Spiel erschaffene Organisation sein soll, über die aber nur wenige Details enthüllt wurden. Im neuen Trailer könnten wir einen ersten Eindruck davon gewinnen, wer das Ashiga-Syndikat ist. Hier sehen wir in einer Szene, wie Kay mit einer hochrangigen Person mit Zepter und zwei Wachen mit Schwertern spricht. Diese Gestalten lassen sich aber anders als etwa die Pikes und die Hutten keinem bekannten Syndikat zuordnen. Der Kopfschmuck des Anführers und die Helme der Beschützer haben etwas Insektenhaftes, was zur Beschreibung des Ashiga-Clans in einem Entwicklerinterview auf StarWars.com passt. Daher wagen wir hier mal die Prognose, dass es sich um den Anführer oder ein hochrangiges Mitglied handelt. Gemessen am Auftreten scheint es ein sehr traditionsbewusstes und diszipliniertes Syndikat zu sein, womöglich mit einem eigenen Ehrenkodex. Nahkampfwaffen scheinen ebenfalls eine Rolle zu spielen, wobei die Schwerter aber wohl keine Vibro-Klingen sind, da die beiden Wachen zusätzlich eine Art Tank auf dem Rücken tragen. Ansonsten wissen wir bisher nur, dass das Syndikat auf Kijimi herrscht, dem verschneiten Planeten aus Episode 9, was wiederum ebenfalls gut zum Gezeigten passt, da im Reveal-Trailer eine Gestalt zu sehen war, die mit ihrem Schwert im Schneesturm jemanden niederstreckt. 4. Ist die Crew größer als gedacht? Kay Vess wird in Outlaws niemals komplett allein ihr Unwesen treiben. Natürlich steht der tapfere kleine Freund namens Nix ihr stets zur Seite, welcher sogar in Kämpfen aushelfen kann. Außerdem kennen wir den etwas zwielichtig erscheinenden Kommandodroiden Andy Five, der Kay gelegentlich begleitet. Im Trailer sind jetzt aber, wie es scheint, noch weitere Figuren zu sehen, die Kay in irgendeiner Form unterstützen oder sich womöglich sogar der Crew der Trailblazer anschließen. Zumindest hören wir im Voice-Over Kay davon sprechen, dass er für diesen Job die richtige Crew benötigt. Kurz darauf sehen wir kurze Szenen, in denen zwei bislang noch unbekannte Charaktere auftreten. Bei einem handelt es sich um einen Chadra, also einem kleinen Fledermausartigen Wesen, wie man es beispielsweise in der berühmten Kantiner-Szene in Episode 4 sieht. Direkt danach sehen wir einen rhodianischen Mechaniker, der gerade einen Protokoll-Droiden rabiat zerlegt. Ach ja, und dann gibt es noch etwas mehr von dem charismatischen Schurken Jalen zu sehen, der Kay Vess für besagten Job wohl überhaupt erst anheuert. 5. Jede Menge neue Gegnertypen Wer aufpasst, kann in dem neuen Trailer eine ganze Reihe an Figuren erkennen, wobei es sich unter Garantie um Gegnertypen handelt, mit denen sich Kay im Verlauf der Geschichte anlegen muss. Entweder regelmäßig oder nur in bestimmten Situationen. Klar, Sturmtruppen, AT-STs, TIE-Fighter und irgendwelche Schurken sind ohnehin gesetzt, im Trailer gab es aber noch ein paar Besonderheiten. Das mächtige Syndikat von Zarek Bash schickt wohl ein paar schwergerüstete Soldaten mit dicken Wummen und noch dickeren Rüstungen in den Kampf. Wie bereits erwähnt, setzt der Ashika-Clan auf disziplinierte Nahkämpfer, da würde es uns doch sehr überraschen, wenn Kay ihren flinken Klingen nicht gelegentlich mal ausweichen muss. Die Sturmtruppe in der schwarzen Rüstung ist ein Todestruppler, eine besonders gut ausgebildete imperiale Spezialeinheit, die vor allem hochrangige Mitglieder des Imperiums vor Angriffen beschützt. In einer Szene flieht Kay vor Spinnen mit einem orangenen Sack auf dem Rücken durch einen Gang. Theoretisch könnte es sich hierbei um Spinnendroiden der Bomar handeln, die in solchen Droiden ihre Gehirne lagern und in Jabas Palast leben. Allerdings halten wir das für eher unwahrscheinlich, die Spinnen wirken hier eher organisch und sind auch viel kleiner als die Bomar-Droiden. Kay verfehlt im Trailer nur haarscharf einen Kray-Drachen, der aus dem Sand auf Tatooine hervorbricht. Wie gefährlich diese riesigen Monster sind, gab es bereits in einer Folge von The Mandalorian zu sehen. 6. Alternative Outfits und Skins Gut, der letzte Punkt ist keine große Überraschung, wenn man die Spiele von Ubisoft kennt. Auch in Outlaws wird es wieder verschiedene Outfits für Kay und unterschiedliche Skins für ihre Fahrzeuge geben. Im Trailer sehen wir die Schurken häufiger in verschiedenen Klamotten als noch in den Trailern zum Reveal. Zu einem Zeitpunkt fehlt etwa noch ihre stylische blaue Jacke, später trägt sie auf dem eisigen Kijimi wiederum ein Winter-Outfit. Kann natürlich auch heißen, dass sich Kay immer automatisch umzieht, aber wir rechnen eher damit, dass wir diese Outfits freischalten oder kaufen können. Irgendwas müssen wir mit den Credits hier anstellen, die wir uns ergaunern. Das öffnet aber sicherlich auch Tür und Tor für einen weiteren Ingame-Shop. Der Trailer enthüllt etwa ganz am Ende, dass es zwei Skins für den Speeder und das Raumschiff nur als Vorbestellerboni gibt, da ist der Schritt zu kostenpflichtigen Cosmetics nicht mehr weit. Bestätigt wurde das aber bislang nicht. Absolute Klarheit bezüglich all dieser Beobachtungen haben wir erst am 30. August, was tatsächlich früher ist, als viele vielleicht gedacht hätten. Ihr könnt uns natürlich in den Kommentaren gerne auf weitere versteckte Details im Trailer hinweisen, die wir womöglich übersehen haben. Oder ihr verratet uns einfach, ob ihr jetzt den Release von Star Wars Outlaws kaum noch erwarten könnt oder weiterhin skeptisch bleibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017